Ja, Bombay läuft, das ist mein Freund Bombay. So, damit haben wir das nämlich auch hier befreit, das Stückchen Landgebiet-Ding. Und damit machen wir jetzt weiter mit der Outmission. So. Ich weiß gar nicht, ob es hier auch wieder so eine Anzeige gibt, wie viel Prozent du von einem Bezirk hast. Wahrscheinlich nicht. Das war nicht eigentlich immer ganz gut, weil dann konnte man sich, wenn man es denn wollte, theoretisch ausrechnen, wie viele es noch gibt. Aber gut, hier wissen wir ja ungefähr, wie viele es gibt, deswegen muss man sich das auch nicht unbedingt ausrechnen. Aber trotzdem, ist ja ganz interessant zu wissen. Naja, schau mal. Moment, bevor ich das anfange, hole ich mir erstmal die Bombe hier. SigiBoy, der guckt ja schon. So. Danke. Und jetzt müssen wir hochklettern, naja. Dann könnte ich noch einen Heilimpuls starten. Ja, hm, gut, aber nein. So. Los geht's. Hey, Cole! Was willst du, Sieg? Kopf hoch, Mann. Wir haben doch schon weit Schlimmeres durchgemacht und wir packen's immer. Es packen? Wirklich? Meinst du, das, was wir in Empire City getan haben, war als packen? Die Bestie wollte mich. Sieg. Ich sollte das Monster besiegen und habe versagt. Und Wolf, der Einzige, der mir helfen könnte, ist tot. Komm schon, wir. Wir haben doch noch den SFI. Der ist doch nutzlos ohne Explosionskarne. Wo kriegen wir die her? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Noch nicht. Aber ich, ich arbeite dran. Was machst du mit dem Fernglass, Sieg? Schaust du einem Mädchen beim Duschen zu? Sehr witzig. Ich glaube, ich habe Co. Eine Frau ist dem Lynch-Mob entkommen und im Sumpf verschwunden. Versteckt sich wahrscheinlich in einer der vielen Schmugglerhütten dort. Okay. Ich überprüfe das. Danke, Mann. Gute Arbeit. Na dann. Schauen wir mal. Vielleicht ist es auch nicht cool. Man weiß es nicht. Gelegenheit für Busses Karma, Demonstranten verstummeln lassen. Naja. Die sind ja recht leise. Ah, dann doch nicht mehr. Ich wollte gerade sagen, die sind ja ziemlich leise für Demonstranten. Aber dann haben sie doch angefangen, ihr Maul aufzumachen. Aber ist egal. So. Na dann. Wollen wir mal gucken, ob das Co. ist. Ob er sie tatsächlich gefunden hat. Das würde mich ein bisschen überraschen. Aber hey. Nein. Ich habe nichts gehört. Hey, cool. Bist du hier? Cool. Nach mehr Hütten. Die lieben ihren schwarz gebrannten. Hä? Okay. Die brauchen einen Schuss in den Kopf. down all right man all right weiss bescheid abknallen ach die sind wir so intelligent natürlich geht die hoch das ist eine scheiß granate die ist und wird gehen da hey 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 mein freund ja so geht das aber nicht hier das war irgendwie vor daneben geschossen ja irgendwie schießen ich werde schon irgendwann irgendwie irgendwas treffen das ist schon ganz clever einfach irgendwas machen er ist schon da viel spaß damit hier ist er wohl nicht hier soll ich doch gar nicht hin das ist einfach nur ein weißer punkt alles klar ich nehme dich gefangen aber das gibt nichts mehr für gut oder böse ne ist ja doof ja 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 übertreib mal mal könnte ich dich vielleicht auch mal treffen was willst du arsch er kann sich auch da einstellen ist mir auch wurscht kannst auch runterfallen ist mir eigentlich auch egal hüpfiges plätzchen um schnapps zu brennen oh hi alter ja 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 ich bin ja bei den wo ist denn der oh er steht jetzt da unten ich glaube ich habe ihn besiegt da um auf Nummer sicher zu gehen wohl auch nicht aber wir haben mit sicherheit noch ein paar hütten oh gott so oh da ist ja noch einer aber das ist nur einer den kriege ich so down sehr gut wo kommen die eigentlich jetzt schon wieder her weißt du diese viecher na irgendwelche komischen mutanten ey weißt du die halten irgendwie ein bisschen mehr aus kann das sein also ich finde die ein bisschen schwieriger als oder die anderen die schießt du einmal zweimal in den kopf und dann ist gut au aber die na die halten ein bisschen halten ein bisschen was aus die sind noch mehr ja komm trau dich au dass die auch noch hier sind so weißt du irgendwie alles sehr komisch oh das war schön für die menschen so okay der ist sich nur am bewegen kann er mal aufhören damit so ciao auf jeden Fall irgendwo noch einer bestimmt am geschütz ne hier ja die granaten müssten mehr bums haben irgendwie ne das ist ja schon cool na ich treffe nur mit einem das ist irgendwie nicht so cool nein nicht granate du bist verrückt ja zwei stück haben wir noch oh das ist noch so ein geschützding okay du bist da scheiße nein 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 oh fuck 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 ich hab ein problem uhu ich hab auch schon relativ viel rotes karma kann das sein ich bin nicht so sicher nicht gesagt ja jetzt hab ich echt ein problem man okay der ist weg nein er ist nicht weg oh Gott er hat mich getroffen ernsthaft jetzt er hat mich wirklich getroffen ich war hinter nem fucking baum versteckt jetzt mal ernsthaft ja die dürfen halt nicht ans geschütz aber wenn die ans geschütz kommen dann hab ich ein problem weil geschütze machen gut ammer und das wollen wir natürlich nicht dass die Aua machen ach es ist mir ein bisschen schwieriger finde ich hier die zurück zu äh schöntosen die Dinger ne komm ich nicht an dann muss ich weiter werfen Mann komm schon weg hier so gimme the strom naja bevor ich jetzt hier irgendwas durchsuche werde ich erstmal versuchen hier zu töten naja halt die Schnauze hier okay na dann Mucho grande boom boom ob sie das ist weiß ich auch nicht aber ich denke gleich werden wir es wissen cool cool Woher hast du das? Es ist dein. Du musst nur mit mir ein paar von der Miliz erledigen. Klar, du siehst auch aus, als ob du unbedingt Hilfe brauchen würdest. Ich brauche keine Hilfe. Ich will bloß etwas Gesellschaft. Ich heiße Nix. Okay, Nix. Nach dir. Okay. Das kann ich nicht. Warum kann die das und ich nicht? Guck mal, die kann sich voll schnell bewegen, die alte Kackwurst. Das ist voll gemein. Naja, ich laufe irgendwie eher mit dir, ne? Oder ich versuche es. Die Farbe würde ja zu denken geben, dass sie böse ist eigentlich, ne? Wo willst du denn hin, Mann? Na, jetzt hier. Dafür können die das nicht, glaube ich. Hoffe ich. Aber was ich auf dem Dach habe, ist noch besser. Man muss sich nur vorsichtig hochschleichen. Okay, ist nicht schlecht. Ja, dann schleich mal vorsichtig. Oh, okay. Ja, wat heben? Wat, 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 wat? Ja, das gefällt mir voll. Das ist mega nice. Ja, das gefällt mir voll. Das ist mega nice. So, komm, dann schütteln wir das auch mal aus, ne? Geil. Nix. Wie weg. Ja, wen denn? Wo bist du? Ich weiß gar nicht, wo du bist, ey. Da brauchen wir ein bisschen Strom. Wo, wo, wo? Wo ist die denn? Nee, eigentlich nicht. Na komm, das geht auch so cool. So, komm. Let us schütteln, so fast. So. Ja, ja, komm, hier, geh weg. Nochmal Strom. Ja, schön, dass du fertig bist. Ich weiß gar nicht, wo du bist, aber ist egal. Bist du in der Brügel irgendwo? Weiß ich nicht. So. So. Ja, die sind weg. Dann komm. Das letzte Festlein, ne? Ja, machen wir auch noch. Zünde die Banner an. Na los! Wo ist sie denn eigentlich schon wieder? Absolut keine Ahnung, wo sie ist. Also, na, mit ihr machst du eher so Sachen, da denkst du, das ist böse. Weiß man nicht. So. Und so. Läuft. Ja, Baby! Du warst... Mann! Ja. Hier ist er, Mr. Sexy. Seh ich dich mal wieder. Meld dich. Wir haben ja was gemeinsam. Unglaublich. Warum können wir das nicht? Verdammt! Ich würde das auch können. Schweinerei. Gravi... Oh, nice! Gravitations-Explosion. Die möchte ich gerne haben. Diese Explosion verringert vorübergehend die Schwerkraft aller Objekte, die sie in die Luft hebt. Gegner hängen in der Luft und die sind hilflos. Das finde ich sehr, sehr schön. Ich habe auch relativ viele Erfahrungspunkte mittlerweile. Aber der Magnumblitz, ich weiß gar nicht, ob ich den brauche. Ein bisschen kann man ja auch sammeln und dann schaltet man erst mal frei irgendwann. Ja, ich denke, das ist eine sehr gute Idee. Mhm. Okay. So, wir haben hier eine Böse und wo ist die dazugehörige Gute? Das ist natürlich irgendwie doof. Hm, ach hier. Ja, man sollte vielleicht mal die Augen öffnen, dann läuft das. Gut! Ich würde jetzt aber wieder eine kleine Pause machen. Äh, und dann geht es erst mal mit den Nebenmissionen weiter. Mit einer, äh, mit der hier, mit dem Ausbruch. Da werden wir ausbrechen anscheinend. Oder jemand anderes und wir helfen. Bin ich mir noch nicht sicher und hier ist harte Kritik. Harte Kritik. Die ist ganz hart. Äh, und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich müsste aber dann auch in die Richtung, glaube ich, mich mal begeben. Genau, und dann können wir hier die ganzen Emissionen machen. Das machen wir gleich. Und, ja, bis... Nächste Folge. Bis jetzt. Bis gleich. Bis zum nächsten Mal.